Dieses Schauspiel haben die Zuschauer im letzten Jahr beim Lichterfest im Stuttgarter Höhenpark Killisberg erlebt, unter anderem zu Klängen von Michael Jackson's Thriller. Nun steht am 14. Juli die Neuauflage des Musikfeuerwerks an und auch diesmal wird gezündelt. Das große Finale des Musikfeuerwerks, das dann von dem mehrfachen Weltmeister Joachim Berner dann inszeniert wird und wirklich ein richtiger Knaller immer ist. Zudem wird auf vier Bühnen ein unterschiedliches Musikprogramm geboten. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 35.000 Besuchern.